Was sind die möglichen Ursachen von Thaisax? Die Thaisax-Krankheit wird durch eine genetische Mutation am 15. Chromosom verursacht, die dazu führt, dass das für den Fettsäure-Metabolismus erforderliche kritische Enzym Hexosaminidase A fehlt. Bei Menschen mit dieser Erkrankung bauen sich Fettstoffe im Körper auf und verursachen neurologische Probleme wie Blindheit, Krampfanfälle und Entwicklungsstörungen. Die Ursachen von Thaisax waren Gegenstand umfangreicher Studien, und dies war eine der ersten genetischen Erkrankungen, die untersucht wurde, um mehr darüber zu erfahren und Programme zur Behandlung und Prävention zu entwickeln. Es gibt zwei Formen der Krankheit, eine, die früh in der Kindheit auftritt, und eine andere, die spät auftritt. Menschen mit Thaisax-Krankheit müssen zwei Kopien des defekten Gens erben, eine von jedem Elternteil. Die Darstellung der Krankheit kann je nach Art der Mutation variieren. Thaisax-Ursachen können eine Familiengeschichte der Krankheit und die Vererbung der Mutation oder eine spontane Mutation sein, die einen neuen Träger erzeugt. Drei Populationen haben ein erhöhtes Risiko für diese Krankheit, und die Untersuchung dieser Gruppen hat mehr Informationen über die Ursachen von Thaisax geliefert. Aschkenazische Juden und Lusianer Cajuns haben beide mit größerer Wahrscheinlichkeit Kopien der Mutation, und die französischen Kanadier haben eine etwas andere Mutation. In der Vergangenheit haben einige Forscher die Theorie aufgestellt, dass der Kontakt mit der jüdischen Gemeinde die Ursache für Mutationen in der Gemeinschaft von Cajun und französisch Kanada war, aber die genetische Analyse widerlegt dies und legt nahe, dass die Ursachen von Thaisax wahrscheinlicher das Ergebnis einer Handvoll unabhängiger Gründerpaare sind. Wer entwickelte die Mutation? Thaisax-Krankheit und andere rezessive genetische Zustände treten häufiger in engen Populationen auf. Mitglieder der Gemeinschaft dürfen nicht draußen heiraten, und schädliche Gene konzentrieren sich auf die Bevölkerung? Ein einzelnes Paar mit Kerjagenen kann die Erkrankung an ihre Nachkommen weitergeben, die sie bei der Heirat mitnehmen, was zu einem erhöhten Risiko führt, wenn die Gene mehrere Generationen durchlaufen. In der jüdischen Gemeinde war es ein wichtiger Teil der Prävention, Programme zu testen, um festzustellen, ob sie Träger vor der Ehe sind. Einzelne Paare können Tests durchführen lassen, um festzustellen, ob sie Träger sind, und es ist auch eine fatale Diagnose möglich. Wenn man sich der genetischen Natur von Thaisax bewusst ist, können sich die Forscher darauf konzentrieren, die Risiken eines Kindes mit der Erkrankung zu begrenzen und Behandlungen zu entwickeln, um den Enzymmangel bei Menschen mit dieser Mutation zu bekämpfen. Der ursprüngliche Grund für die Verbreitung der Gene ist möglicherweise nicht bekannt, obwohl Forscher Theorien aufgestellt haben. Es ist möglich, dass die Mutation an eine vorteilhafte Mutation gebunden war, wie dies bei Sichelzellenanämie der Fall ist, oder dass Eltern mit Kindern, die an der Thaisax-Krankheit gestorben sind, mehr Kinder hatten, um sie zu ersetzen, wodurch sichergestellt wurde, dass die Gene in der verblieben sind Population.